Wie heißt die Klappe? Manches darf und muss raus. Es gibt preisliche Schnäppchen bei mir zu kaufen. Das ist die Frau Polt, die Ringe oben und der Gerd Polt, das gibt es im Original zwar auch zu kaufen, aber da würde ich empfehlen einen Druck zu kaufen oder einen bewahrten Druck, also einen originellen. So, das wollte ich nur sagen. Und ja, ich habe den immer für euch, wenn ihr einen Knoxy-Foxy-Bild haben wollt, ich habe es so früh gezeigt, dann könnt ihr mich gerne besuchen, weil ich habe jeden Tag so einen Tag des offenen Saustalls, ja genau, Saustalls, weil hier ist ja messemassig, sehr viel Kunst liegt da rum. Und ja, und kommen wir bei uns dran.